Hey Leute, wartet mal, erst mal Stopp. Bevor ich loslege, ich habe eine neue Info für euch. Und zwar, ja, ihr guckt mir jetzt nicht beim Kaffeetrinken zu, denn ich habe für euch den Fashion Run. Fashion Run, wie ich dazu gekommen bin, ja, das war wieder mal eines meiner kreativen Phasen, aber am besten, ihr seht euch einfach den Rest des Videos an. Ich sage nur eins, Fashion, Fashion, Fashion. Das ist ein Schatz, das ist ein Schatz, das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz, das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz, das ist ein Schatz. Das war mein kleiner Fashion Run für euch. Falls es euch gefallen hat, dürft ihr euch schon auf das nächste Mal freuen, denn den Fashion Run gibt es jetzt einmal im Monat. Have a beautiful day oder besser gesagt, einen wunderschönen Tag euch! Bis zum nächsten Mal.